Einfach gesungen und gespielt, war das Motto von Martin Hautz, Norbert Fassbacher, Wolfgang Doppelreiter und Karl Tiefner für das Jubiläumskonzert im Karlwanger Veranstaltungszentrum Vollenhof. Seit 25 Jahren gibt es das Männerensemble und es macht noch immer Freude. Die gute Freundschaft ist das Geheimnis, warum es das Gesangsensemble, das sich seit der Gründung der echten Volksmusik verschrieben hat, noch immer in der bestehenden Form gibt. Was ist in den 25 Jahren alles passiert? Mario, da ist ganz viel passiert. Wir haben uns in 92 Jahren gefunden, da waren wir zu dritt. Das ist ganz gut gelaufen, darum haben wir gesagt, suchen wir uns einen Vierten dazu, dass wir einen Viergesang haben. Und dann hat sich das so entwickelt. Da haben wir jetzt 25 Jahre lang wirklich schön Volksmusik gemacht fürs Herz und für die Seele. Ihr seid ja nicht nur in Kolhang bekannt, sondern auch schon weit über die Grenznase. Was war so eigentlich ein weitestes Arrangement? Das Lustigste ist, wir haben uns in der Taufe in 93 Jahren in Deutschland gekriegt, da sind wir mit dem Musikverein rausgefahren nach Graben-Neudorf. Da haben wir einen Partnerkapellen gehabt. Und da sind wir mit dem Viergesang mitgefahren, haben noch keinen Namen gehabt, einfach vier Sänger. Und da draußen hat es auf den Geschwindpann-Ansagen gesagt, da brauchen wir einen Namen, den müssen irgendwie heißen. Und dann haben wir uns Kolhang mit dem Viergesang geschwind getauft. Und wie lange wird es den Viergesang noch geben? Ich hoffe, wir feiern die nächsten 25 Jahre wieder. Ich hoffe, dass euch seid dabei sein wird. Danke. Natürlich waren auch Freunde für dieses Jubiläum eingeladen, um mit ihren Stimmen und Instrumenten den Abend zu einem Klangerlebnis für die zahlreichen Besucher werden zu lassen. Genießen Sie einige Ausschnitte von diesem wunderbaren Abend. Und die ganze Zeit, die wir mit dem Viergesang noch geben, und die ganze Zeit, die wir mit dem Viergesang noch geben. Kommt ja und der Herd noch von da hin und die ganze Zirnberg kommt. Und noch ein Wurz, nicht all die Wern und Reifen, nur zehn Wäuern. Schon heut von der Matierschen Wern, auch frei ist die Glamm. Kommt ja und der Herd noch von da hin und die ganze Zirnberg kommt. Kommt ja und der Herd noch von da hin und der Herd noch von da hin und die ganze Zirnberg kommt. Kommt ja und der Herd noch von da hin und die ganze Zirnberg kommt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018